Ahoi, mein Name ist Kurt und willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich hatte diese alte Kaffee-Dose herumliegen und ich dachte mir, dass sie doch eine hervorragende Basis für ein Relikt oder ein Alien-Artefakt sein könnte. Und inspirieren lassen habe ich mich von Tomb Raider, Zelda, Breath of the Wild, Tears of the Kingdom und anderen Einflüssen, die ich wahrscheinlich nicht bewusst wahrnehme. Da gibt es sicher ein paar. Wenn euch dieses Video und was der Projekt gefällt, dann hinterlasst mir doch einen Daumen nach oben und abonniert meinen im Sterben liegenden Kanal, denn bis Ende 2050 versuche ich, 5 Milliarden Abonnenten zu erreichen. Ich habe zunächst ein paar Moosgummi-Elemente aufgeklebt und in den Moosgummi habe ich mit einem Lötkolben Verzierungen gebrannt und mit Heißkleber an der Dose befestigt. Diese Elemente bestehen aus zwei Schichten 4mm und einer Schicht 10mm Moosgummi und die Details habe ich wieder mit einem Lötkolben eingebrannt. Die Öffnung habe ich mit einem Stück Fitnessmatte ausgefüllt und in das ausgeschnittene Loch eine Hälfte eines selbstgebastelten Infinity Orbs geklebt. Das Teil hatte ich noch in meinem Lager rumliegen und den Link zum Infinity Orb Tutorial findet ihr in der Videobeschreibung. Den Deckel habe ich zum Fundament umfunktioniert. Die Infinity Orb Fitnessmatte habe ich wieder mit Heißkleber im Inneren der Dose befestigt und hier und da 2mm und 4mm starken Moosgummi aufgeklebt. Diese Ringe sind Gardinenringe glaube ich, die habe ich damals irgendwo in einem 1€ Laden gefunden. Und noch ein paar 1cm starke Moosgummi-Elemente. Die freien Flächen habe ich mit kleinen Holzscheiben verziert und mit den Lötkolben konnte ich noch weitere Details in den Moosgummi brennen. Zeit für die Grundierung. Ich habe schwarze Acrylfarbe, Bastelkleber, graue Vintage- oder Kreidefarbe und einen guten Schuss Natron vermischt. Diese Grundierung verleiht der Oberfläche eine tolle Struktur. Mit einem Feuerzeug habe ich allerdings noch schnell ein paar Gebrauchsspuren in den Moosgummi gebrannt, denn das Teil soll ja alt und gebraucht aussehen. Nach dem Durchtrocknen habe ich verschiedene Metallicfarben aufgetragen und damit die Farben später richtig schön sichtbar sind, habe ich zunächst eine Schicht Silber aufgetragen. Silber-Acryl-Metallicfarbe. Silber-Acryl-Metallicfarbe. Zum Abschluss habe ich in diese Gardinenringe noch ein paar unechte Edelsteine geklebt. Und das war's auch schon. Hier ist das fertige Alien-Artefakt aus einer alten Kaffeedose. Mir persönlich machen solche Projekte sehr viel Spaß, weil ich einfach ohne Vorlage lospasten kann, also einfach kreativ sein, ohne Einschränkung. Und ich hoffe, euch gefällt das Ganze auch, denn ich werde solche Projekte in Zukunft natürlich öfter versuchen. Vielen, vielen Dank fürs Reinklicken und ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut!